In der Leitstelle sorgen wir dafür, dass Winterthur mit knapp 100 Bussen in Bewegung bleibt. Modernste IT-Programme helfen uns, den täglichen Busbetrieb zu überwachen. Das System ermittelt Standorte der Busse und errechnet fahrplanmässige Abweichungen. In einem Notfall greifen wir rasch ein und unterstützen unser Fahrpersonal. Hallo Thomas, ich habe einen medizinischen Notfall. Ich habe dich verstanden. Je nachdem braucht es einen externen Partner wie die Stadtpolizei. Und wenn nötig, schicken wir einen Ersatz-Boost los. Ich bin Thomas Rütsche und ich bewege Winterthur. Das ist Thomas.